So, äh, was können wir denn noch tun? Wir könnten noch, ähm, eine neue Aufgabe machen. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Es gibt ja noch zwei. Oh, ich muss mal einen Schluck trinken hier. So, hm, hm, hm. Was ist das hier? Oh, ist das gut oder sch- Ah, das ist gut. Das sind liebe Zangen, okay. Okay. Danke. Oh, 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 oh. Ähm. Da sollten wir... Oh. Was? Wie soll denn das funktionieren? Können wir von der Wand springen? Ach, nee, warte. Mist, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Ja, hier. Ich hätte... Ich hätte hier eine Shell nehmen können, ne? Ah, okay. Und... Okay, ist kaputt. Ah. Zu spät gesehen. Da haben wir wieder das gleiche Spielchen. Oder auch nicht. Du dumm. Kettengreifer Trimmnichfahrt. Jetzt sind doch immer zwei von denen. Aha. Oh, komm. Okay. Ach, und jetzt war ich nicht dabei zu gucken, wa? Ach, nee. Und jetzt sind wir erstmal groß. Jetzt sind wir wieder klein, aus eigener Dummheit. So, und hier sollte ich sofort... Hier sollte ich sofort springen. Und... Weg. Hör doch, vier Leben. Das kriegen wir hin. Nein, ist alles in Ordnung. Ich will jetzt keine Hilfe. Was ich mal vergesse, ist Rennen, ne? So wie hier gerade. So, das ging in die falsche Richtung. Deswegen hat's nicht funktioniert. Hab die bloß weggesprengt. Halt, da ist noch einer. Oder auch nicht. Oh, und ich dachte, es funktioniert. Oder kann ich das wieder mitnehmen? So, dies war aber... Oh, wieder scheiße gesprungen. Oh. Auf ein neues. Ist ja... Okay, jetzt hat's... Jetzt hat's geklappt gehabt. Oh. Die Münzen behält der sich ja nicht. Verdammt. Verdammt. Jetzt aber. Oh. Wir sind ein Stück weiter. Fortschritt. Fortschritt. Na, das hat nicht geklappt. Aber das hat geklappt. Und hier... Ah, okay. Bissern bloß durch. Puh. So. Und damit haben wir 196 weitere Punkte. Theoretisch könnten wir die doch... Oder können wir immer nur eins aussuchen? Was ist denn? Können wir denn nicht jetzt... Ja, den will ich sehen. Den Stand der Bauarbeiten. Guck mal. Ich kann doch bestimmt jetzt schon... Kann der Bau beginnen? Na klar, kann der Bau beginnen. Wir haben Kohle. Ja. Guck mal, die blauen, die grünen und ne... Die können da ruhig was machen. Die Bauarbeiten am Erdgeschoss des Westflügels haben begonnen. Der grüne Tod zeichnet uns verantwortlich. Los, es warten sicher noch Aufträge auf dich. Na immer. Hier gibt es schon wieder drei. Ist ja nicht so, dass wir... Äh, ne? Hier neu. Schuh, Schuh, Schubidu. Machen wir erstmal. Schuhgumbas können ganz schön nerven. Aber wenn man ihre Schuhe klaut, kann man über Stacheln gehen. Wenn du ein anderes Modell ausprobieren möchtest, steig einfach mit Hilfe von R aus. Mit den großen Varianten kannst du in der Luft mit L eine Stampfattacke... Okay, viel Spaß da draußen. Let's go. Die gab es auch im Originalspiel, ja? Die Schuhgumbas. Hä? Sag mal. Okay, da geht's nicht rein. So, damit können wir... So. Was? Haben wir ein Schwein? Okay. Aber leider... Oh, 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 ja. Und noch ein Leben. Das ist gut. Und ein Checkpoint. Jetzt haben wir den dicken Schuh. Und damit können wir... Können wir hier nicht durch? Hä? Achso, warte mal, Stampfattacke? Ah, aber den hier, ne? Ah. Was ist das denn? Ein Darmschuh oder was? Nutzt nix. Ach, komm. Ach, damit kommen wir hier drunter. Ich dachte, es sind unzerstörbare Blöcke hier. Hier ist nischt. Hier ist auch nichts. Was? Also. Schade. Jetzt haben wir den Schuh verloren. Ach, Mist. Nicht geschafft. Aber nicht so schlimm. 171. 171 dazu. Och Gott, da fehlt einer. Einer fehlt für den Ostflügel. Verdammt. Verdammt. Ja, wir brauchen Geld. Ja, das brauche ich auch. Boah ey, dass die kein Geld dran schaffen können. Aufträge? Wer will? Wer hat noch nicht? Das Haus der vielen Schlüssel. Aha. Schlüssel hatten wir noch nicht, ne? Hey, ich habe ein echt funky Spukhaus gebaut. Ganz schön gruselig. Aber wer das Ziel erreicht, geht nicht leer aus. Versprochen. Dafür braucht man allerdings mindestens vier Schlüssel. Fünf Leben haben wir. Zu Beginn. So. Das heißt, wir haben wieder. Das ist gut. Das ist gut. So, wir können Dinge. Wir müssen das immer festhalten, richtig? Ach, wir können die nicht mitnehmen. Das ist interessant. Hä? Gehen die nicht kaputt? Guck mal. Der geht nicht kaputt? Toll. Ach, komm. So. Das wird jetzt lustig. Lustig. Ich glaube, das werde ich hier nicht schaffen. So, das sind alles irgendwie Level mit unterschiedlichen, oder was heißt Level? Räume mit unterschiedlichen Mechaniken. Toll. So, nochmal probieren. Das ist nicht so meins. Vor allem, weil man rennen muss, ne? Um dort dann springen zu können. So. Das Rennen, so ist erstmal nicht das Problem. Aber... Das gibt bloß Geld. Okay, ich dachte... Huch mal, da ist ein Schlüssel. Aber... Nee. Ach doch, kann ich doch mitnehmen. Okay. Okay. Oh, das. Warte mal. Reicht es? Nee, ne? Achso, warte. Ist kein Drehsprung möglich hier? Doch. Aber... Höher komme ich nicht. Puzzlespielchen. Wir gucken mal weiter. Ich glaube, das werde ich... Das werde ich... Das werde ich nicht schaffen. Dafür fehlen mir einfach zu viele Kenntnisse der Spielmechanik. Wisst ihr schon? Braucht ihr bloß... Braucht ihr bloß... Ja. Ich schaff das schon. Achso, nicht... Ich werde die Lebenden, die wir hier haben, schon alleine verballern. Da brauche ich keine Mithilfe. So. Was haben wir denn noch hier? Da, da, da. Wir haben hier noch ein Windlevel. Mal gucken. Vielleicht ist das ja ein bisschen... Da, guck mal. Ah, warte mal. Warte. Das ist für mich, glaube ich, einfach lösbar. Warte, warte. Warte. Da können wir... Da können wir... Doch tatsächlich... Das hier mitnehmen. Und schmeißen das dort... Hoffentlich. Nein. Denkst du... Ich krieg das hier... Ich will das doch bloß... Ah, warte mal. So könnten wir es hinkriegen. Durch geduckt sitzen. Hier immer nur. So, jetzt... Ha, 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 ha. Nie nach oben. So. Dann haben wir aber bloß einen... Einen von vier. Wir brauchen mindestens vier. Das heißt, wir kriegen hier schon mehr, ne? Aber warte mal. Wir könnten den Pau-Block... Vielleicht wieder da. Wir könnten den Pau-Block hier nehmen. Und hier... Und hier... Okay, damit hätten wir das. Damit hätten wir schon mal zwei. Ähm... Was waren hier bei den Noten? Bei den Noten war eigentlich ein Springen ins Feld. Eigentlich. Und das war zu... Wobei, warte mal. Da könnten wir vielleicht auch... Halt, umdrehen. Einen Pau-Block mitnehmen. Und dieses komische Vieh dort wegbomben, hoffentlich. Jawohl. Geht doch. Jetzt brauchen wir bloß noch einen vierten. Ähm... Äh... Ich nehme mal den hier mit. Und guck noch mal... Ah, nee, warte mal hier. Das sind doch... Das sind doch hier, ähm... Dings, die... Ach, komm, hör auf. Kommen wir wieder zurück, um mich groß zu machen? Geht das? Theoretisch ja, ne? Ach! Warte mal. Ich hole mir erst mal den da. Ähm... Wir holen uns dann den, 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 den P-Schalter. Den P-Switch. Und, äh... Machen oben das Ding auf. Ganz einfach. Guck mal hier. Der Rest ist bloß zu Münzen holen. So, wo geht's hier hin? Wahrscheinlich irgendwo, wo wir sterben können, oder? Ah, hier wären die anderen Level und wir würden dann mehr, mehr Punkte bekommen. Ähm... Aber... Ich bin eigentlich erst mal erfreut, dass wir das überhaupt geschafft haben. Yeah! Ja, 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 ja. Es ist fordernd, es ist fordernd. Was man so aus dem kleinen, luschigen Jumprand machen kann, ne? Luschig ist nicht jetzt abwertend gemeint. 231 Punkte. So, wie sieht's aus? Hauptgebäude ist gleich fertig. Hammer. So, aber das Erdgeschoss des Hauptgebäudes wäre schon mal fertiggestellt. Er zittert vor dem Genius der Bauleiterin. Ihr unwürdigen... Ach ja, wenn du das ganze Schloss betrachten möchtest, drücke er den Button. Wo soll das weitergehen? 1.200 haben wir nicht. Wir machen mal noch hier. Kann aber beginnen. Da aber sowas von kann er beginnen. So, wir gucken mal das ganze Schloss an. Warte mal, Abend begonnen. Neue Aufträge. Ach, das ist bloß Weitsicht. Was ist das hier? Der pennt immer noch. Da kommen wir nicht rüber. Ich will die 10 haben da. Hier ist nichts weiter. Können wir hier rein? Nö. Dann nehmen wir eine nächste Mission. Neuer Auftrag. Riesenkugel-Willi-Kanonade. Diese riesen Kugel-Willis werden eine Überraschung für Mario sein. Er wird nach oben gucken, nach unten und zur Seite. Aber sie werden aus der Tiefe kommen. Jetzt brauche ich nur noch einen Versuchskannik. Wer traut sich? Gibt auch Kohle, falls ihr überlebt. Viel Spaß. So, kommt. Wir schauen uns das mal hier an. Sieht ja cool aus. Und wie gesagt, wieder mal so als Information. Ich habe kaum irgendwelche Mario-Spiele gespielt. Also, bitte nett zu mir sein. Okay. Wir werden es hier allmählich und ganz allmählich versuchen, weiterzukommen. Okay, hier wäre ein Glöckchen. Wie war das? Hä? Ach, so war das. Okay. Das tut nichts. Können wir hier auf den raufspringen? Ja, das können wir. Und da kommen wir nicht durch. Wir können ihn doch nicht ablenken, ne? Okay, da ist nochmal ein Glöckchen. Hier oben ist nichts. Oh, das wird jetzt... Oh, 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 oh. Nee! Nein! Oh, nein! Nein! Wow! Das war knapp. Aber wir haben ja hier einen Speicherpunkt und können hier weiter nochmal. Komm, mach keinen Quatsch. Wo sind wir denn? Achso. Ah, wir sind oben hin und her gesprungen, ne? Die kommen immer unterschiedlich, ja? Nee. Nein! Oh! Okay. Hier können wir auch runter... Oh, 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 oh. Kann man irgendwie, äh, die, 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 die Ansicht ändern? Nee, ne? Man ist wirklich daran gebunden, wie, wie man gerade hier guckt, ne? Dass man... Ah, warte mal. Warte. Ja. Ach, komm, das muss funktionieren. Ich hab das so oft schon gesehen, dass... Das muss funktionieren. Wenn man das richtige Timing hat, dann kann das funktionieren. Ach, komm. Oh, wir können hochklettern. Das ist ja einfach. So, nochmal 200 oben drauf. Sehr gut. Jetzt müsste auch der Westflügel fertig werden. Guck mal, 16% schon fertig. Sauber. Fertig. Wir nehmen das nächste Level erstmal gleich. Aufträge... Aber, warte mal. Ähm, warte mal, warte mal. Wie viel kostet denn der Ausbau des Westflügels? Ganz hindrisch, ganz fantastisch. Es stand übrigens von mir. Och, die ist so überheblich, oder? Das weiter. Keine Mütigkeit vorschützen. Wir können erst das Haupt... Ah, okay. Hule beim Vor... Ja, den... Ja, den frage ich ja schon. Aufträge, 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 Aufträge. Wildes Gewippe. Gewippe ist immer gut. Ich habe ein paar Wippen aufgebaut, um einen schönen Trimm-Dicht-Pfad zu erschaffen. Falls sich auf einer Wippe Bösewichter breitgemacht haben, hilft vielleicht eine Stampfattacke auf die andere Seite, um sie weg zu katapultieren. Und Pantillieren einfach springen und Dings bewegen. Okay. Viel Spaß da draußen. Fünf leben mal wieder. Kann man hier runterfallen? Nö, können wir nicht. Dann ist das ja eigentlich... Eigentlich, ne? Nicht so kompliziert. Nicht unterfallen. So. Ach, das geht hier nicht? Warum kann ich die... Warum kann ich die nicht kaputt machen? Oh, das muss doch einer gesagt werden hier. Schreck und Not. Ah, ich habe es gesehen. Warte mal. Komm, komm. Ich muss... Ich darf da nicht sofort drauf. Nein! Nochmal. 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 Toll. Toll. Die Wippe. Für den Arsch. Die Wippe. Oh, nee. Oh, nee. Ich muss... Wann anfangen. Ich muss... Wann anfangen. Alter. Okay, das ist ein Leben. So. So, wir probieren es noch mal. Komm. 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 Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Und das nur wegen der Gottverdacken Bütze. Oh, yeah. Nein, geh weg. So. Jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf hier. So. Ich würde mal sagen... Vielleicht sollte ich vorher erst so machen. Oh, was ist hier drin? Ein Pilz. Okay. Okay. Pass auf. Äh, jetzt haben wir den Marker hier. Ah, da ist natürlich der Einstieg auch gleich wieder ein anderer. Okay. Ich kann den nicht aufsammeln, oder? Weil er zu groß ist. Ich darf keinen großen aufsammeln. Aber ich kann das doch auch nicht rumkippen. Na doch, warte. Warte. Ich bin gleich wieder zurück. Aber ich glaube, ich habe es jetzt. Ich habe es jetzt. Ich habe es jetzt. Boah, ist das eine schwierige Brut gewesen. Okay, war es das Richtige? Vorsichtig. Da hinten fällt es runter. Okay. Oh. Ne, das war daneben. Äh, nochmal. Oder hätte ich da oben lang gemusst? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ja, ja, ich sehe es. Jawohl. So, nochmal 214 dazu. Das ist schön. Und damit... Ne, der ist noch nicht fertig. Da ist Lüge. Wir brauchen 1200. Mann. Das ist so viel Kohlen. So, oben ist unten. Okay, da bin ich mir schon. Ich glaube, ich habe meinen Tunnel bis zur anderen Seite des Planeten gegraben. Dort ist alles verkehrt. Darum irgendwie lustig. Aber auch irgendwie verwirrend. Hügel runterrutschen kann man dort zum Beispiel mit hoch. Dann zeig ihm mal, wo der Hammer hängt. Jawohl. Und ich trinke einen Schluck. Prost. Ah. Reines Leitungswasser. Okay, was haben wir hier? Oh. Okay. Tot. Tot und verderben. Kann man die auch aufsammeln? Warte mal, ich versuche die mal anzuhalten. Ja, okay. Musik ist schön, ha? Och, komm. Ich glaube, ich habe mir ein Eil gelegt hier. Oh. Oh, yeah. Nein. Das sollte so werden. Das sollte so werden. Das sollte so werden. Ja. Das auch. Tututututututututu. Och, komm. Jetzt wird es albern. Ja, schade. 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 Ich will es nochmal puzzeln, ja. Von dir lasse ich das nicht nochmal machen. So, jetzt nochmal. So, jetzt aber. Oh, komm nicht schon wieder. Ich schaffe es auch echt immer wieder. So, hier drehen wir wieder wahrscheinlich alles um, ne? Oh, dieses geht hier. Okay, der scheint sich also runterfallen zu lassen, wenn wir da in die Nähe kommen. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was es hier alles für Gefahren und Kugeln gibt. So. So, jetzt lassen wir ein bisschen Platz. Damit wir nicht gleich wieder tot sind. So, jetzt. Ich mag das, dass die Musik sich so verändert. So, okay, der fällt raus. Ah, eine Feuerblume. Sehr gut. Hehehe, die war also dementsprechend wichtig, wie es scheint. Okay, da ist wieder was mit umdrehen. Oh, er fällt runter. Super. Da haben wir noch ein Leben. Oh. Vorsicht. Oh. Geld, 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 Geld. Ach, die Dinger gab es hier schon. Aber hier ist mir nicht gerutscht, ne? Ah, okay. So, hier kommt man nicht weiter, also müssen wir hier wieder durch die Röhre. Und was ist das hier? Ah, das ist die Tür, ne? Aus der wir gefallen sind. Sehr gut. Dumm.